Na dann, weiter hier. Hier geht's runter. Ich weiß nicht, was hier schwindelerregender ist. Der Blick nach oben oder nach unten. Mach keines von beiden. Sieh deinen Feinden in die Augen. Ich würde, wenn ich könnte. Jemandem in die Weichteile zu starren ist lange nicht so effektiv. Oh oh. Oh no. Da. Jetzt sitze ich hier fest. Neugrußartig. Vielleicht geht's los. Wir reden hier nicht über ein billiges Haushaltsgerät. Das ist DER Kontinuum Cortex verflagt. Eines der Mächte. Der Cortex ist nicht das Problem, sondern die Flagnasen, die ihn übernommen haben. Wenn wir sie ausschalten, ist der Cortex nur eine Maschine, bei der niemand am Steuer sitzt. Woher weißt du, dass es ein Steuer gibt? Ich habe kein Steuer gesehen. Es gibt kein Steuer. Aber ich will das Ding nicht zurücklassen, solange es mit dem Kirchenmist aufgeladen ist. Wir sollten uns auf die Glaubensverteiler konzentrieren. Ich wette, sie laufen alle durch dieselbe Verbindung. Das ist die Schwachstelle. Und das darf ich nicht mehr machen. Und ein Wetterkampf. Ich hab's echt gesagt, dass diese Barken immer neue Gegner bringen. Wie viele haben die überhaupt. Kau sie weg, Crocket. Zeig dir, dass der erste Bruch. So ist Feuerler. Wahrscheinlich kommt, wenn jemand uns schlechte Gedichte entfiegt. Oh no. Ich höre immer noch ein Zuhal. Sie wissen wohl, dass wir in der Nähe sind. Sie sind ein Zuhal. Sie sind ein Zuhal, das sind die Veränderung. Wie gesagt, der Schreck wird ein Zuhal. Nein. Das werden wir nicht zulassen. Bei ihm, sie weg, Crocket. Der Bruch ist da. Oh no. Jörg. Oh no. ZumindestCrack. Sie sind pathway zu werden. Nein. Oh no, oh no, oh gar nicht gut. Ich habe es echt satt, dass diese Barken immer neue Gegner bringen. Die Fragnasen betrügen. Ich höre immer noch mein Ritual. Es kann ja sein, dass Sie schweigend beten. So, na bitte. Wir dürfen uns nicht ständig in Gefechte verwickeln lassen. Als ob wir eine Wahl hätten. Sie sch- Okay, die hat schon alles. Oh, tue, gibt noch was? Ja, Leuchtschmerz. Da, Leute. Da ruht schon alles. Wo geht alles? Ja, dann haben wir alles freigeschaltet für die... Na gut, jetzt ist noch seine Superkraft gepumpt. Dann haben wir hier... bei allen... Wir schießen, wir schießen. Hier drüben! Äh, wir erklettern mal wieder Gehirne. Erst müssen wir über die Lücke darüber. Nur damit ihr es wisst, ich reserviere für hinterher schon mal die Dusche. Extra lang. Okay, Groot. Machen wir uns selbst eine Brücke. Ich bin Groot. Aber achte auf Beben. Mann, ich hoffe wirklich, dass Warlock es bis zur Ziellinie schafft. Ich bin Groot. Haha, nein, weil die zählt nicht auf uns. Für den sind wir nur ein Haufen Mist, der die schicken Stiefel schmutzig macht. Er hat gesehen, wozu wir in der Lage sind. Hauptsache, wir wissen, wozu wir in der Lage sind. Die Früchte müssen hier hoch. Nein! Ach, was zum... Nimm von Todesprung. Oh, fantastisch. Oh, fantastisch. Ich versuche mich nicht, um ungelegte Eier zu kümmern. Jetzt ist wirklich nicht die Zeit für Eier, ob gelegt oder ungelegt. Vorsicht, es wird ein bisschen... Woh, 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 woh! Knapp daneben. Wir haben Peter nicht! Nein, sie haben Peter nicht, aber später ist runtergefallen. Veränder, Unterschied. Hier drüben! Ach, du heilige. Was ist ein blöder Typ? Nur damit ihr es wisst, ich reserviere für hinterher schon mal die Dusche. Extra lang. Okay, Groot. Machen wir uns selbst eine Brücke. Mann, ich hoffe wirklich, dass Warlock es bis zur Ziellinie schafft. Ich bin Groot. Haha, nein, Goldi zählt nicht auf uns. Für den sind wir nur ein Haufen Mist, den schicken Stiefel schmutzig macht. Er hat gesehen, wozu wir in der Lage sind. Nichts wird gespeichert. Okay, ganz locker jetzt. Okay. Und wenn wir Niki haben, dann warten wir auf Warlock? Und die Käferlady. Unser Plan erfordert ziemlich viele Personen. Ja so, lasst es uns der Reihe nach angehen. Niki holen und das Erfüllungsding stoppen. Wie pragmatisch von dir. Ich versuche nur, mich nicht um ungelegte Eier zu kümmern. Jetzt ist wirklich nicht die Zeit für Eier abgelegt oder ungelegt. Was? Vorsicht, es wird ein bisschen... Oh, 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 oh. Puh. Peter, würdest du uns die Ära erweisen? Unbedingt. Dann passt mal auf. Überraschung, Miss Blocker! Sehr hakt sie! Gleich gibt es Schnittchen! Erst die hier. Ihr obendlich verflacht noch mal mit dem falschen Team angelen. Wahrscheinlich haben sie unsere die leibten Karte nicht gesehen. Eins! Drew, schnapp sie dir! ich muss die scharfschützen ausschalten das ist deine chance vergessen nicht dass wir ein team sind leute zahlt mir einfach was ich entlüften zeug zerschnetzel sie ich hab jetzt ein großes problem was sind die Wir müssen den Scharf schützen. Der Fliege-Typ, den müssen wir ausschalten. Wir müssen den Scharf und den kommt. Und der Attacke. Na komm. Na komm. Schöne Stone. Die großen kriege ich ja nicht. Er wird gedandert. So. Der ist weg. Ich hab das Gefühl, uns wird nicht gefallen, was auf der anderen Seite ist. Lachen uns nicht für unsere Aufgabe anlenken. Wir sind kein Tränke. Alter, kommen die hier immer nach. Oh, fuck! Nein, nee! Wir sind auf der Zielgeraden, Leute! Gebt alles, was ihr habt! So viele Dosen! Ich hab das Gefühl, das ist zu tun. Ich hab das Gefühl, ich hab das Gefühl. Ich hab das Gefühl, ich hab das Gefühl. Der Druckbrust ist stark. Ich verliere die Kontrolle. Zählen damit einfach aufs andere Ziel. Drat, zerstört! So ein Kampf hat die Gwettensrichtung nicht mehr. Nur das ist diesbeutelnd Niederstand, die dir Unterstützung leistet. Oh, scheiße. Waschie fertig, Geworra! Ich glaube, die... Genau so, ach, kapiert mal den. Wir laufen direkt in einen Reim drauf, ich weiß es. Sie ist keine Rolle. Sie hat Stürm. Nicht gut. Der Riesenkerl, du hast uns nicht das Wasser reichen. Sie hätten ihm einprogrammieren sollen, um Gnade zu bitten. Es beginnt die eigentliche Schlacht. Alle bereit? Jetzt haben wir noch irgendwas. Nö, aber nicht. Ah doch, hier. Hatten wir das nicht schon? Kampfgesicht aufgesetzt. Ich habe nur ein Gesicht. Dann schalte es auf Kämpfen. Ha, fertig. Was denkt ihr, Leute? Falls Goldi ihn noch nicht erledigt hat, habe ich noch eine Granate dabei, auf der Rakers Name steht. Das immer Sie mit dem Cortex vorhaben, es hört jetzt auf. Das hier ist Nowhere, unser Nowhere. Richtig, das nochmal. Zeig mit diesen Schlagnasen die Tür. Ich werde Ihnen meine Klinge zeigen. Das wird eine glorreiche Schlacht. Das sieht noch einer großartige Schlacht aus. 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 Was haben Sie mit dem Cortex gemacht? Sie haben Sie an Ihre verflagte Maschine gefesselt und die Hand leitet die gesamte Glaubensenergie der Galaxie direkt hinein. Die Erfüllung hat begonnen. Wir müssen sie da rausholen. Aber wie? Die Hand lösen, dann ist die Energie weg. Ich zähle vier Grad. Wir gehen an Lose. Ach du. Fuck. Meine Klinge müsste sie beschädigen können. Durch Lange Rockets. Ruth, Zeit zum Anbinden. Tu ihn weg. Ich werde Rake ja das verkünden, dass sein Kind so benutzt hat. Das ist ihre Erfüllung. Wenn die Seelensauger-Gottheit in ihr Mami wieder zum Leben erweckt. Da drüben. Wir heilen, wann beendet sein Leben. Das geht aber nicht, solange so viel Schacht aus der Hand kommt. Er verstärkt deinen Augen. Nein, baust du mir. Ja, guck mal, ich überstehe das. Kontrolliert öffentliche Fuß. Werder ist instabiert. Robi verbandelt hier in Waffi. Wer korrig geht. Wer ist denn vor? Hier ist der Weg. Ja, da hast du der Weg. Wie groß ist das? Auf den tiefen kann ich glauben, dass sie den Konzidum-Kaut ist, das Strafrafft. Ich meine, wir alle haben daran gedacht, aber trotzdem. Rocket entsichern und los. Spart eure Munition. Bereitet den Typen eine besondere Überraschung. Na, komm. Wir stören ihr Ritual. Sie tun alles, um uns aufzuhalten. Ach, du Scheiße. Nein. Ich hätte auch den Jobst. Das hat im Moment keine Priorität. So hoch hier. Das ist der Machen. ich muss es nur noch dreimal ausstecken ich renne mal hier rüber ich komme jetzt hier hoch ich erledige sie so schnell Ah, hier ist noch mal welche. Ah, das darfst du ja selber nicht. Ich muss jetzt wieder zurückkommen. Ich habe ihn noch. Ich habe keine Ahnung wie ich da hochkommen kann. Ah, hier würde ich noch mal hochkommen. Ich verstehe. Ja, danke. Der hätte mich fast erwischt. Mach mir den Bock. Wenn wir das Ding abschalten, retten wir das Universum. Richtig? So lauter in Theorie. Na komm. Über hier. Da waren es nur zwei. Sein Glaube konnte ich nicht vor dem Tod retten. Woher herkommt, ist nämlich noch viel mehr. Oh, oh, nein, nicht gut. Langsam werde ich nervös. Ich bin noch nicht bereit, Vater zu sein. Da oben. Da oben. Schlag sie zusammen! Groot! Sobald Niki frei ist, brauchen wir Warlock, damit er seinen bösen Zwilling aufsaut. Ich sag noch, ob ihn können wir uns nicht verlassen. Ein Kult ist weniger, der uns Sorgen bereitet. Du hast keine Chance! Ja, ich hab's gefehlt. Gib dich zur Hand! Ja, zieh hoch! Ja, komm! Frag, mehr von den verletzierten Ehren! Sie kommt aus allen Richtungen! Ich werd ihre Knallen rechen! Sie brauchen Brücken! Mach Aufschnitt aus ihnen! Wie ein Halt mit weg! Wir werden sie weit befreit haben! Langsam werde ich nervös! Ich bin noch nicht bereit, Vater zu sein! Okay, ich muss hier weg. Bereitscht euch auf den Sprung in den Cortex-Force! Mit die Hand und das Mädchen reißen! Ich mag deine Denkweise, Rex! Nächstes Mal bist du auf dich allein gestellt! Diesmal trete ich noch nicht am, kleiner Kumpel! Wir werden diese Barriere schlucken! Ehh, sie ist hier gerade ein bisschen Scheiße. Die Hälfte ist geschafft, Dicke! Wir können sie zurückhalten! Sie kommt aber rüber. Ich bin der Einzige zu zerstören! Was geht, Spitta? Spare deine nette Worte für später, Quill! Ich dachte, ich wäre allein, was? Ich bin groß! Du hast mehr Schuhe und mehr Schiefe und mehr Ehre weg. Nein! Shit. Es ist in Ordnung, um Hilfe zu bringen, Peter Quill. Trank ist dein Freund und Helfer. Ich habe nur versucht, ihn aufzuwecken! Durchgeknallte Ehre verdienen! Du schuldest mir was, Quill! Das würde ich nur ohne dich machen, Rocket! Ja, komm, ich bin im dritten. Bereit! Da war es noch einer. Puh! Puh! So, für das letzte bisschen. Puh! Was für'n Haufen Loser! Das Ding gewinne ich und Groot im Schlaf! Thanos hat bei sowas die Zeit gestoppt, um es interessanter zu machen. Nichts kann mit diesen Klicken mithalten, Peter Quill! Okay, okay, hört zu! Das ist nicht unser erstes Rodeo, Leute! Das Problem ist, wenn wir übermütig werden, kostet uns ein kleiner Fehler den Sieg! Wir gehen jetzt raus, konzentrieren uns voll auf den Kampf und bringen sie zum Schrein! Wer ist dabei? Ziehen wir es durch! Das klappt! Ach, du Schande! Nein! Ich muss mich mal ein bisschen davon entfernen und distanzieren. Oh nein! Aber gut, ich kann runtergeschubst werden. Danke für die aufmunternde Worte! Bitte aufhören, mich mal runterzuschubsen! Ach, komm! Wir haben es fast geschafft, Vicky! Halten wir durch! Kind! Wehre dich gegen die böse Gier als wir! Nein, der Hackness Gamora! Spürst du das? Nicht schlampig werden, wir können die Sache beenden! Ich war noch nie konzentrierter! Ich werd da mal ein bisschen drüber verschwinden! Halten Sie von Tika, Herrn, während ihr den letzten Stecker zieht! Ich geb mein Bestes, um nicht erschossen zu werden! Zeig's Ihnen! Drax, erledige Sie! Verachtenswerte Maschine, seine Zeit ist vorbei! Schuld ist der Ingenieur, nicht die Tag! Was? Hat jemand ein schlechtes Gefühl, die Idioten umzulegen? Ich fände mich nicht! Diese Eifere hat keine Angst vor dem Tod! Ratsopp! Du musst nur noch das letzte Stromkabel ausstecken, Quill! Unterwegs! Was? Ich arbeite dran! Verdammt richtig! Wir gewinnen! Jetzt halten Sie uns nicht mehr auf! Oh, hier ist hier Brüchtern rein! Festnageln, Groot! Wäucher Sie aus, Rocket! Haltet Sie von Peter fern, während er den letzten Stecker zieht! Widersteh in dem Tor, Peter Quill! Ich hab' die Fähigkeit gebracht! Und wie soll ich denn da rüberkommen? Oh! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Ich brauche nur eine Löwe! Ich brauche nur eine Löwe! Aus! Was jetzt, Peter Quill? Und drauf, Drax! Die Halt ist fast tot! Vielleicht wird sie dankbar sein! Meint ihr am anderen endlichsten Gehirn? Zeig deine Wurzeln! Die der letzte! Na komm! Du musst auch noch das letzte Stromkrabbel ausstecken, Quill. Ja, wie komme ich denn da hin? Ach, kommt hier aus vielleicht. Großartig. Ich finde, ich habe ein bisschen Hilfe gebraucht. So, und jetzt? Nein. Ja, komm. Ja, mein Zahn. Oh, mein Zahn. Oh, nein. Oh, nein. Na komm. Wieso musst du immer unbedingt alles ruinieren? Wenn du dich mir nicht anschließen willst, dann bleib weg. Darum wollte ich nicht. Nee, Kinder haben. Niki. Na komm. Das hier endet nicht so wie du denkst. Wer sagt das? Du? Ich weiß, was du getan hast. Du solltest es dir ungeschehen wünschen. Ja, aber... Ich spüre das Erstacken des Lichts in mir. Das versprechen wir schon weiter. Das sind doch die Dinge, die geschehen sind, die uns ausmachen. Hat sie noch nicht gemerkt, dass ihr Plan durchkreuzt wurde? Das hier? Ein unbedeutender Rückschlag. Hab ich nicht recht, großer Einiger? Oh. Der Cortex war lediglich dazu gedacht, eure Bürde zu lindern, Materialchen. Wir ziehen uns zurück. Bitte. Gebt mir einen Grund, ihn zu töten. Was ist denn Scheiße? Das hätte das Ende sein können. Ist er das? Das erste göttliche Gefäß? Ein blasser Abglanz eurer Macht und Herrlichkeit, Materialchen. Er soll mich tun sehen, was er nie vermochte. Wenn es sein soll, kann ich den Glauben über die gesamte Galaxie verbreiten. Wenn ihr glaubt, ihr könntet... Ich kann, was auch immer nötig ist. Niki. Er ist großartig. Der ganze Kampf ist schon wieder umsonst. Verdammt. Die kommen nicht weit. Ich hab Goldi nen Tracker verpasst. Äh, was? Er hab ihn getaggt auf der Brücke, falls er sich dünn macht. Wir müssen nur wieder zur Milano. Rocket? Du bist der Beste. Und dann wieder gegen den kompletten Putschkämpfen. Okay, Koordinaten gesetzt. Diesmal entwischen sie uns nicht. Sacroscinct. Tempel shift down. Wir werden. Wir werden. Na. Das ist kinder. Spasschlein. Oh, komm schon! Wir kommen nicht um die Kirche zu. Und die Dinge. Um die weiter zu treten. Naja. Wenigstens haben wir es versucht. Wirаться mit dem live. Du bist der Beste. Das ist die Beste. Wir sind die, die Beste nicht weggelegt. Wir kommen ein. Und wir blicken. Wollen wir uns auf den Grund, auf den Kamel. Wir sind die, die Dienste. Wir kommen jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020